Ciao ihr Lieben, mein Name ist Daniele, ich bin 39 Jahre alt, Fitness- und Personal-Trainer im Club Hardys Fürstenverbruch. Meine Stärken liegen im Bereich Bauch, Beine und Po, Gleichgewichtsübungen, sowie auch Übungen mit dem eigenen Körper. Gerne unterstütze ich dich im Bereich Muskelaufbau, Kraftausdauer, Definition deiner Figur, sowie auch im medizinischen Fitnessbereich. Lass uns gemeinsam Erfolge erzielen, deswegen mein Motto für dich, abgerechnet wird zum Schluss deine Liebe.